Der eine rennt einfach raus, der ist weg, fährt's durch. Oh, man kann ja sliden! Ey, du fängst einfach an! Ich kann sliden! Ich dachte, ich geh jetzt unter die Beatboxer. Ich bin so happy grad. Weil ich hasse diese Mission. Das war so. Da brauchst du dich ziemlich gut gekarriert den Weg. Aber du weißt jetzt wohin. Nee, weiß ich nicht. Ich bin einfach nur gerannt. Ah, cool. Ich geb dir mein Gehirn. Okay, nice. Wollen wir mal aufschrauben? Rausnehmen. Ab. Keine Brühe. Keine Brühe. Keine Brühe. Wir reinigen die weißen Kinder jetzt. Okay. Oh, ich hasse diesen Ton, ne? Vor allem in dem Moment werden wir hier mit grüner Scheiße da eingesprüht. Ja, und keine macht den Drogen. Ah! Ah! Shoshi so, ah! Man zieht den Penis. Ein Bleibpenis. Ah! Guck mal, die leckt es ab, nachdem es ist der eine unten reingeschoben. Alter! Das ist Outlast. Es ist wirklich verstörend, ne? Vor allem das Geiste, so. Mich wundert das schon alles nicht mehr. Ich bin schon durch. Ja, geht mir gerade exakt genauso. Mir auch! Ist das, wo wir eigentlich den Dückenwein hat, sägen? Nee, das kommt später, ne? Nee, das kommt später. Ah! Das war das, wo wir uns einfach die ganze Zeit versteckt haben, weil wir nichts wussten. War das das? Passt auf, das Teil platzt hier. Ja. Der greift euch an. Shoshi verloren. Shoshi ist noch verstört. Und ich hab Schluck auf. Ich, ähm... Aber weißt du, was du machen kannst, Shoshi? Du kannst so Flaschen und so aufsammeln und den Gegnern auf den Kopf werfen, ne? Oh ne, ich werf die immer in die andere Richtung, damit sie weglaufen. Nee, nee, du kannst den auf den Kopf werfen, dann sind die so gestunnt. Hallo. Hallo. Wir sehen jetzt ne Show hier. Ready to seize the day, ja. Ich sieh's dich gleich mal. Ach, das war's. Ja. Jetzt macht's gerade Klick und ich will es nicht. Ich glaub, dem geht's nicht so gut. Meinst du? Genau, wir müssen jetzt in den Funkraum, der ist oben links. Wo oben links? Da war das, wo wir mit den Wellen machen mussten, dass wir einfach ums Verrecken nicht gerafft haben. Ja, stimmt. Was? Mach mal. Ich hab ne Flasche. Fuck yeah. Rain. Nein. Oder schieße. Ja. Da ist noch ein D-Trick. Du bist ein D-Trick. Ja. Nein. Ihr könnt erst schon mal so lange losen. Was musst du da machen, Vivi? Ja. Die Frequenz einstellen, dass die genau gleich ist wie die andere. Ja. Also wir haben's beim letzten Mal hin und her gemacht. Mein letztes Mal, ich bin sofort da. Ein Moment. Weil nicht? Die Gegenwand haben wir's hingekriegt. Ja. Ja. Offensichtlich, wir stehen da schön. Also man hätt ja wenigstens den hier machen können an seiner Stelle. Ja. Aber das wär ja zu leicht gewesen. Das ist true, das kann ja jeder. Ich hab irgendwie gerade Lust, dir diese Flasche über den Kopf zu ziehen. Er ist nicht da. Ich hab das nicht gesehen, wenn's passiert. Ich hab's gleich. Es kann nichts passiert. Sagst du wenigstens gut aus? Ja. Was sagst du das? 10 oder 10 would do again. Ihr dürft natürlich gerne die nächsten Frequenzen einstellen. Ich hasste es ehrlich. Also wir müssen's noch dreimal machen? Genau. Wir müssen jetzt in diese Orte reingehen. Jeder in einen Bereich. Da kommen überall Viecher. Und müssen das machen, ja. Ist das hier auf Höhen? Da, wo die Nonnen übrigens reingehen, kannst du auch reingehen. Da geht aber kurz danach die Tür irgendwann zu. Also hier ist noch einer. Wer mag? Shoshi, magst du mal? Das sind vier von denen. Dieses Ding. Du musst an den drei Rädchen da rumdrehen, damit die Frequenz, die da angezeigt wird, genau die gleiche ist, wie die andere. Da kommt grad übrigens ein Dude. Ein Schreidude. Ich versuch den abzuhalten von... Ich sehe doppelt. Wenn jemand kommt. Ja, weil du angeschrien wurdest. Ja. Okay. Schrei da jetzt Maggie an? Möglich. Ist der immer noch nicht da? Das ist richtig? Nee. Die! Unmünstig. Ich schaue mal schon. Ich schaue mal schon. Ich schaue mal schon. Meine Fresse. Es ist absolut widerlich, den Scheiß einzustellen, oder? Und ich find's gut, dass du's tust. Ich hab's. Sehr gut. Achtung, da kommt schon die Alder. Oh, Bruder. Bruder. Und noch Schreidude. Ja, da ist sie wieder alles. Können wir nicht zu Smeggy gehen? Da war's sicher. Bei mir ist grad die Alder. Oh, hier ist die Alder. Oh, hier ist alles. Die Handpuppenschaff. Wie haben wir die eigentlich genannt? Die Alte nur, ne? Weiß es nicht mehr. Ich hab mich versteckt und das war wahrscheinlich viel zu offensichtlich. Er wird mich nicht haben. Oh, hi. Na? Öfter hier? Ich mach mal bei Smeggy die Tür zu, dass der sicher ist. Möglicherweise eine gute Idee. Mh, möglicherweise eine schlechte Idee, weil ich die Viecher grad zu ihm bringe. Smeggy, bitte komm wieder! Bitte, Smeggy, du musst wiederkommen! Die Alder hat mich, die Alder hat mich, die Alder hat mich! Ich glaube, ich bleib einfach in meinem Versteck. Gute Idee! Bin da, bin da, bin da! Oh Gott, da ist das Nächste! Oh fuck, ey! Ich hab sie alle! I gonna catch them all! Ich sterbe! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Mach die mich rittet! Mach die mich rittet! Mach die mich rittet! Mach die Tür zu, anstatt dass ihr mich sie abhaltet, ne? Hä? Oh Gott! War das frech oder war das frech? Das war ziemlich gut! Wo seid denn ihr? Ja! Wir haben das eine schon aufgemacht, Smeggy, also alles cool! Ja? Ich hab dir die Tür zugemacht, damit niemand zu dir kommt! Ja, hab ich dir die Tür zugemacht! Nein, das war ich! Ihr wolltet mich draußen lassen! Scheiße! Ich Idiot! Ich hab Psychose! Ungünstig! Also in den einen Raum haben wir! Oh, hi! Wir müssen jetzt hier, glaube ich, den Boys- und Girls-Room machen! Ja, genau! Wer hat ne Psychose? Ähm, Ibi! Ich bin gerade vor dem weggelaufen! Hier direkt vor der Tür ist einer! Hier jetzt! Links! Oh! Ich baue mir den Bohrer in der Hand! Ich glaube, ihr seht mein Nachtsichtgerät-Dingens nur, wenn ich Nachtsichtgerät anmau. Ja! Warte mal, wie kann ich mir das jetzt nehmen? Dankeschön! 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 Ärger! So, genau! Boys-Room und Girls-Room müssen wir jetzt, äh, diese Frequenzen machen! Wo waren die denn nochmal? Ich glaube, die war hier drüben. Macht der die Tür auf oder macht er die Tür nicht auf? Das ist jetzt die Frage! Die war hier drüben! Wir müssen da rein! Oh, Bruder! Oh! Oh, Bruder! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Wie komme ich von hier weg? Jetzt! Du bist so edelhaft! Oh, nee! Nee! Ich mag das nicht! Ich mag das nicht! Eigentlich nicht! Hey, da ist ein Fakes, Maggie! Ja, du musst weg von dem Fakes, Maggie! Der tötet dich! Nee, nee! Ich bin nicht bei EMDs im Aufzug! Will mir irgendwer die Mutti abnehmen? Nee, eigentlich nicht! Nö! Eigentlich nicht! Wo bist du? Fertig! Charlie macht es mir schon perfekt! Alles cool! Brauchst du Heilung? Ich hätte auch noch Heilung! Oh, my cute! Oh, my cute! Oh, my cute! Halt es doch hier! Nimm! Shoshi war verstört! Wir haben Shoshi kaputt gemacht, glaube ich! Oh, nju nju! Achtung! Die Alde kommt von da hinten! Oh! Hi! Sie kommt mit Anlauf statt Gleitgel! Oh, meine Fresse! Such dir irgendwen anderen und werd in deinem Leben glücklich! Nee, komm! Die ist halt einfach so! Oh, sie ist bei mir! Such dir jemanden! Lass dich mal wieder richtig hart durch! Nein, Spaß! Möglich, vielleicht fehlt ihr dann! Ähm, genau! Jetzt in dem Bereich! Und unten müssen wir das, glaube ich, mit diesen Schallplatten machen! Ja, stimmt! Wahnsinn! Wo war'n der Empfänger? Den weiß ich nicht mehr! Den hast du mal gemacht, Charlie! Nein! Oh, ich weiß es nicht mehr! Ich bin hier gerade gefangen! Ich darf noch nicht raus! Aber ich feh'n hier raus! Weil es weiß ich noch, den einen hast du damals gemacht! Den hab' ich... Den weiß ich nicht, wo er ist! Also hier ist ein Antipsychosenmittel, falls einer was will! Drückt die wirklich ihren Kopf ins... Oh! Drückt die wirklich ihren Kopf ins... Drückt die wirklich ihren Kopf ins... Da wo Smeggy und Shoshis sind, können die mal gucken, ob bei euch der Empfänger ist? Ja, ich bin doch dabei! Oh! Oh! Akula! Drückt, dann hat jeder mal einen gemacht! Ich glaube ein bisschen im Kreis! Das ist ein klein Kack-Belgar hier, ey! Ja, vor allem, die drücken ihr Gesicht in irgendwas, gell? In Drogen! Ja! Aber ich dachte, keiner macht den Drogen! Keiner macht den Drogen! Ja, deswegen müssen sie ja ihr Gesicht reindrücken! Das Ding explodiert! Hi! Seht ihr das jetzt auch, was ich sehe? Nö! Ja, okay, ich sehe noch keinen Gegner, glaub! Du schaffst es, Maggie! Guck mal, der! Hochkonzentriert, der da dran ist! Ja, sie sind natürlich... Ja, ich hab's geschafft! Sehr schön! Richte die Radioempfänger in den Schlafseelen ein und her! Ja, klar, zur Fab-Fio! Ein bisschen falsch! Oh! Oh, ich bin da nicht gelaufen! Ne, wir sind hier komplett falsch! Warte mal, wir müssen hier... Da geht's raus! Weeeee! Putz! Bin unten! Ich hab in dem Spiel auch Fallschaden gefunden, let's go! Warum vertraue ich dir auch und spring damit runter? Ich bin auch runtergesprungen! Okay, jetzt müssen wir die Filmrollen in den Klassenseelen austauschen! Und das funktioniert so, indem wir diese Dinger nehmen müssen und immer in so ein Teil reinlegen, damit man es nicht aus dem Raum rausbringen kann! Also am besten immer irgendwie zu zweit bleiben! Genau, weil... Weil, guck, ich muss jetzt hier rein! Genau, aus dieser Tür könnt ihr die nicht raustragen, das sperrt das! Deshalb müsst ihr das hier hinten hinlegen! Guck! Und hier hinlegen und dann von der anderen Seite holen! Und bei den Klassenräumen auch so zum Reinmachen! Ich geb' gleich dem nächsten Mal noch raus! Wo mussten die hin? Ah ne, das können wir doch nicht machen! In dem Klassenzaal! Klasse 3 und 4! Das klingt nach Mutti! Das klingt nach Mutti! Hey, das ist doch die Mutti von dem Weißenhaus, oder nicht? Junge, ich glaub, ich hab hier einen anderen Prügeltyp! Achtung, 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 Achtung! Oh, ich hab ne Psychose! Da ist der Generator! Also hier, wo ich bin, muss auf jeden Fall auch so'n... Oh! Ey, das hat Psychose Mut! Ja, ich... ich hau dir aufs Maul! Das ist richtig! Wow, scheiße! Schreib da weiter! Schreib da weiter! Was macht ihr denn da? Du, du, Usher, jetzt hab ich den Prügeltypen gefunden! Das wär'n ganz geiler! Hi! Ich hab erst, ey, jemanden im Schrank gefunden und dann... Hier ist Sackgasse! Hier sollten wir nicht hin! Ich heil dich! Okay, dann komm ich mit! Aber der mag mich grad nicht! Bleib einfach da, wo du bist! Tu nicht! Die ist weg! Ich hab' das Problem ist, ich hab' gleich keine Batterie mehr! Ja, deshalb hab' ich mein Ding... Da liegen egal welche rum! Hier liegt zum Beispiel eine! Ich hätte gerne eine Kassette! Ach geil! Danke! Vor allem Kassette sag' ich dazu! Das ist keine Kassette! Das ist keine Kassette! Daniel, danke dir für Fünferesabgift, Bruder! Ich geh's durch dein Herz! Filmrolle! Nein! Filmrolle! Wer hat meine Filmrolle geglaubt? Wer hat meine Filmrolle geglaubt? Wir brauchen die nächste! Jetzt, wo man's einmal gespielt hat, ist das voll easy! Ah, Bibi, also! Du hast mich doch nicht gesehen! Du hast in der Tonne auf dich ein! Jetzt versteh' ich doch ums Meggie gerade weggegangen! Tja, nicht aus Langeweile, sag' ich dir, wie es ist! Tschüss! Oh, er hat mich auch gesehen! Wo muss die Filmrolle hin, Alter? Ich leg da gar nicht mehr durch! In die Klassenrolle! Da hinten ist keine Klassenrolle mehr! Komm mit, Joshi! Ich glaube, der Typ ist jetzt gerade in die Richtung! Ja, da, wo der hinläuft! Guck mal, das lag hier! Da, wo er hinläuft! Muss das da rein? Genau da, wo er da rein geht! Ja, genau! Oh, du solltest gehen! Glaub ich! Oder? Vorsicht! Oh, sehr schön! Ich bin in der Sackgasse gelaufen! Ich liebe's! Wie muss ich hin? Geh mal bitte weg, da ist der Killer! Ja! Genau! Vor allem, geh mal bitte weg! Ich nehm' ihn mal noch mal ein bisschen mit, okay? Guck, guck! Das heißt, wo muss ich hin? Ähm... Ich weiß nicht, wo der Eingang von dem Bums ist! Guck mal, ob da irgendwo der Eingang ist! Ich beschäftige den hier ne Weile! Hey Swaggy, nehm' ihn mir nicht weg! Der muss hier rein, aber ich darf hier nicht rein mit dem Ding! Ne, der muss irgendwo ein Ding sein, damit du Dingsenbumsen kannst! Also da muss von außen so ein Ding! Vivi, kannst du mal hier drücken? Ja! Ich spiel grad die ganze Zeit mit dem Ding! Ach ne, ich kann drücken! Ich kann drücken, alles gut! Das hab ich gut gemacht! Das heißt, jetzt müssen wir von der anderen Seite da ran, oder was? Genau! Ja! Aber da ist schon eine drinnen! Ach! Woh? In dem Raum hab ich schon eine hingetan! Weiß ich nicht! Oder hab ich noch keine da reingetan? Ne, da hab ich noch diese, die Raune dann! Ich lieb's komplett! War ich nicht! Oh Scheiße, der war ja zu schnell! Der war zu schnell! Ich glaub, er weiß langsam, wie der Hase sollt! Ah, da müssen zwei, oder wie? Schnell! Jetzt haben wir zwei Klassenräume fertig! Hallo! Achtung, da kommt der Bösi! Das ist unten! Huah! Ich dachte, er kam aus der anderen Richtung! Welche Klassenräume habt ihr denn schon gemacht? Ja, wenn wir das jetzt noch mitgekriegt hätten, ne? Dann wären wir schlau! Den ersten haben wir! Also Klassen 1 haben wir auf jeden Fall! Eins und zwei wahrscheinlich! Da wären noch drei hinten! Hm, hier bei mir! Irgendwo, glaub ich! Ich beschäftige den kurz hier ein bisschen! Nimm das Ding raus und lauf! Ich werde sterben! Ich kann dir grad nicht helfen! Ich mir auch nicht! Braucht noch jemand Heilung? Ja! Ich weiß nicht, wo der hin muss! Äh, ich, äh... Ring drum zu dir, Shoshi! Ja, du bist in der richtigen Richtung, Shoshi! Ich stehe am Vierer, aber der Vierer leuchtet schon grün! Wie, der leuchtet... Warte mal! Ich bin jetzt erschrocken! Ich bin jetzt erschrocken! Achtung! Nicht, nicht da! Es ist explodiert! Bei dem hier muss man durchgehen! Ich guck mich grad über vor! Ja, aber das ist jetzt richtig drin! Du musst nur noch von, äh, von der Innenseite machen! Warte, du musst... Es muss doch noch irgendwo eine Kassette sein! Wo ist die letzte? Okay, die ist hier... Scheiße, ich bin stehen geblieben! Ich steb... Die, die... Warte, ich tu die hier raus! Ja, Shoshi macht jetzt grad die letzte! Ja? Nee! Ich kann mich sehen! Ich hab keinen 80 Gerät mehr! Ich hab auch keins mehr! Also ich seh wirklich grad nur leider begrenzt! Hallo Smegi! Hola! Was machst du hier? Ich nehm die Kassette und die muss weg! Wann das denn? Die muss da hin! Hm? Hier muss die hin! Hier rein! Ja, ja! Seid ihr in dem Klassenraum? Guck mal! Die ist Batterie! Oh, ich hab die nicht gesehen! Ich hab ne Batterie markiert! Was? Was? Ja, was tun die hier? Ich steck mir die mal rein! Ah! Classroom 3! Das müsste das sein eigentlich! Ja, das ist der! Charlie macht grade! Ich bin noch ein bisschen verstört grade! Warum? Was haben die getan? Hab ich das übersehen? Kinder hier mal am Anfang an! Ja! Der kommt! Achtung! Bei der Rezeption ist ein Bösi! Wir müssen zur Rezeption! Komm! Wee! Bo! Wee! Haben wir gedrückt! Wee! Lauf! Wir müssen in die Kapelle! Natürlich krieg ich einen mit, ne? Irgendwie bin ich grad im Kreis geraten! Hast du's gesehen? Warte mal, seht ihr das vielleicht jetzt? Warte! Wo ist denn der Typ hin? Seht ihr den Typ jetzt? Ja, ja! Könnt ihr den sehen? Ja, ja, ja! Ja! Weil wenn die Viecher eigentlich in der Nähe sind, ist das für euch markiert von mir aus! Ja, ja! Bei mir waren die markiert! Ah gut! Dann ist es nur, wenn ich ganz in der Nähe bin! Okay, wir müssen in die Kapelle! Ich weiß nicht mehr, wo die war! Die sieht nach hier aus! Kapelle? Ja! Ich hab keine Batterie mehr! Ich seh nix! Na komm raus! Wir müssen das Gebet einläuten! Ah ja, da oben ist sie! Doch! Das ist da, wo wir die Beine durchsägen jetzt! Glaub ich! Digga! Nee! Party! Wir machen Party! Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Shoshi! Ich bin die kranke Sekte hier! Stoppe die Gotteslästere in der Kapelle! Oh nö! Das war der Scheiß! Ja, hab ich ja gemeint mit dem Segen! Ich versteck mich! Ihr macht das schon! Äh, kein Stück nicht! Wir segen Gottes Beine! Bup! Hallo! Hallo! Der ist nackt! Ich geh erstmal Schlüssel finden, das ist okay! Ich versorge die Generatoren mit Strom! Okay! Ich weiß nicht mehr, wo die Generatoren sind! Irgendwie war das so ein richtiges Traumatoil! Ich weiß es auch nicht mehr! Das ist alles dunkel! Ich will hier nicht hin! Vorsicht, da ist die Wiene! Ja, die hab ich tatsächlich schon gesehen! Deshalb bin ich jetzt in die andere Richtung! Ja! Ich fass ihn mal rein! Wie wieder prügelt die Pomsch! Wie wieder prügelt die Pomsch! Wo bin ich schon? Wir brauchen einen anderen Schlüssel 2 noch! Bist du am nie vorbei? Ich komm da nicht rein! Ich komm da nicht rein! Und er ist hinter mir! Nanananana! Ich weiß wieder, wo die Dinger sind! Oh nein, das war das Tier! Hi! 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 Ich bring Bösen mit! Kommt der hier rein? Ich weiß wieder, wo die Generatoren sind! Der eine ist im Keller! Warte! Ich kann meinen Röntgenblick einsetzen! Moment! Dann siehst du ihn! Gut, er ist weg! Wer hat keinen Akku mehr? Ich! Hier ist aber auch eine Batterie! Oh nice! Ich weiß! Ich weiß nicht, wo du siehst! Ich hab einen in der Hand! Ach so! Ich hab verstanden! Du! Nein! Alles gut! Ich hab gerade einen gefunden hier! Okay, ich kümmere mich schon mal um den einen Generator! Boah! Ich weiß nämlich wieder, wo das ist! Ich weiß, welches Ding es war! Igna! Oh nein, hängen geblieben! Ich füll' nicht Blut erst mal! Okay! So, ich füll' rein! Aber, äh, Charlie, du hast den anderen Generator gemacht! Ich weiß nicht, wo der ist! Denkst du, das weiß ich noch? Outlast ist so, du machst das einmal, gehst da durch, steckst ihn rein und haust wieder ab! Geil! Ah, das ist so ein One-Night-Stand! Ja! Ein One-Night-Stand! Schlimmer! Ey, hier ist noch mal ne Batterie! Hier! Aua! Mist! Hallöle! Was passiert, wenn ich das hier drücke? Nichts! Okay! Ich hab Schlüssel! Sag! Wie, warum sagst du Mist? Ich hab das immer noch nicht gedacht, ne? Ich hab' nen Schlüssel! Wer kommt, wer kommt! Okay! Magst du ihn anmachen? Ist grad schwierig! Wie mach' ich das? Das Ding in der Mitte treffen immer, genau! Mehrfach! Ich kann nicht mehr rennen! Ich kann nicht mehr rennen! Ich kann nicht mehr rennen! Sehr gut! Wo ist er? Ach so, das ist jetzt eine Benzin-Kanister, den müssen wir, ich weiß nicht, wo der andere Generator ist! Ich auch nicht! Aber hier ist auch noch Benzin-Kanister 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 nicht! Ja, ja! Ich weiß es nicht! Wir sind nur zwei Generatoren! Also ich bin gut, dass ihr da oben... Der eine war hier, aber ich weiß nicht, wo der andere ist! Den hat Charlie damals gemacht! Jaaa! Aber mein Erbsenhirn weiß es nicht! Hallo, wir teilen uns nur ne Gehirnzelle, frag' Achim! Wie viel teilen sich irgendwie mit vielen Leuten ne Gehirnzelle, da ist irgendwie nicht so viel... Also... Oh, ich krieg' hier aber n Dings, n... Wir müssen hier durch, wie wir glauben! Ich hab'n Erfolg gekriegt! Dann bringen wir 3... 3.000 Kilometer in der Hocke! Hast du's? Oh, wo ist denn Smeggy hier? Ah! Scheiße, ich brauch' bald Batterie! Boah, ich muss den anderen Generator finden, ne? Ich dachte, ihr habt jetzt den zweiten! Wir haben schon... Wir sind am zweiten, Smeggy! Ist doch noch einer! Achso! Okay! Oh, ich will hier nicht hin! Nix hin! Wir sind... Find's nicht! Ihr macht ja schon lauten, ne? Wir haben noch die Kalisten! Wie machen wir denn jetzt die Generator mit Proben? Sind sie schon? Ich muss noch den Schlüssel reinstecken! Achso, ja, dann steck mal rein da! Okay, warte, lass das die anderen beiden aber machen mit den Sägegriffen! Nee! Oh! Nein, doch! Doch! Ich find das gut! Jetzt tut es! Nee, warte, Smeggy muss auch herkommen! Smeggy! Hallo! Komm her, komm her! Hier, gern die eine Säge! Joshi, gern die andere Säge! Vivi und ich lenken die beiden ab! Und ihr Säge! Was auch immer hier kommt, wir lenken ab! Ha, ist das schön! Das macht doch sehr gut! Schön, Jesus, die Beine abschneiden! Mit dem kleinen Penis! Schön, wenn man nicht in der Kehle ist! Warte mal, gilt das als Gottesdessen? Nee, ich bin nicht in der Kehle, ich darf alles! Du musst nur sagen, wir haben eine Pferde! Ich kann, ich kann da nur aus dem Auge, also Kereferie hinschauen! Ich kann, das geht nicht! Jaja, das fühlst du schon, wenn's durch ist! Das spüre ich schon! Oh, eins ist abgefallen! Oh, das ist weiter auch! Zwei! Das kann man jetzt essen! Geh jetzt zur Kapelle! Äh, wir sind in der Kapelle! Wir sind in der Kapelle! Würdest du mich verarschen? Ja, da kommt jetzt noch irgendwas, warte mal hier! Hier oben! Ich möchte das nicht! Genau! Wir müssen jetzt die neue Predigt machen! Das ist schön, dass du den roten Knopf gedrückt hast! Es tut mir leid, Charlie! Ich werde nie wieder einen roten Knopf drücken dürfen! Groß, ui! Wir haben das vorhin verstanden! Wir sind wie bei Carrie! War das Carrie? Hola, Fanny! How are you? Ich bin weg! Bibi, dreht mal links! Hä? Oh mein Gott! Nein! Nein! Die kam von hinten und hat Smeggy in den Kopf gerammt! Wieso willst du mich? Wieso willst du mich? Such dir andere Freunde! Geh jetzt zum Shuttle-Turbel! Kommt ihr? Seid ihr alle da? Sind alle da? Nö! Danke! Wollt ihr mir abfahren, oder? Ja! Bibi, bist du hinter? Ja, nee, ich muss die kurz out-tribbeln! Hier die alle! Ja, sonst hätte ich jetzt die Heilung eben reingehauen! Ich komm grad nicht durch, weil die ein bisschen blockiert! Ich lauf los! Oh, jetzt in mir! Vorsicht! Komm ich immer jetzt hin! Hier und dann hier! Drück auf den Knopf! So, ich hab hier auch nochmal Heilung! Bibi, wenn du kommst! Hat noch einer irgendwie was? Ich muss essen! Ich weiß grad gar nicht, wie ich da hinkomme! Anti-Anti-Anti-Ding! Das ist nur ein Lobby! Anti-Ding! Ich hab zwei Dietrichchen, mehr nicht! Oh, falsche Taste! Oh, falsche Taste! Danke! Ich bin da, ich bin da! Ja, Bibi! Du schaffst das! Wollen wir noch einer an der Batterie? Ich hab nur noch Batterie! Die Alte ist da! Ich kann nicht rennen! Ach, ne! Ne! Geh! Oh, ich bin drin! Ich auch! Boah! Easy! Aua! Das ist nicht ne schwache Nerven, bin ich ehrlich! Ja! Outlast allgemeinig! Snaggy carried uns! Also dafür, dass ich richtig scheiße war, hab ich mich gebessert! Ich hab nen Teil vom Game bekommen! So ein Ding! Also ich bin mit meinem C-Minus einverstanden! Von Sprengfall erwischt hab ich gleich zweimal geschafft! Ist in Ordnung! Borschi, das merkt man schon, ist schon mittlerweile so richtig verstört! Ja! Also mir ist es wirklich gerade schlecht! Ohne Scheiß! Mir ist wirklich schlecht! Ja! Das ist Outlast! Hast du die ersten beiden Teile mal gespielt? Also gerne wieder! Hast du eigentlich jemals Outlast die ersten beiden Teile gespielt? Und? Es gab Teile davor! Ja! Outlast und Outlast 2! Ich kenn' Outlast nicht! Ich kenn' nur das hier gerade! Oh! Können wir? Nein! Kann der Chat von Shoshi irgendwie sie dazu bekommen, dass sie Outlast spielt? Was? Also Chat, ihr wollt das wirklich sehen! Also ich bin mittlerweile durch! Ich will das nicht! Und Smaggy ist glaube ich auch ganz gut durch, durch Outlast! Mhm! Toll! Vor allem wenn der Dennis kommt und aus ihrem männlichen Charakter eine Frau wandelt! Oh! Warte mal, Vivi! Hatten wir da nicht auch noch ein Deal? Ja! Boah! Nee, Alter! Kein Outlast! Vergesst es! Ich hab' keine Ahnung was es ist! Aber dadurch, dass der Chat zustimmt, weiß ich, dass das nicht gut ist! Also ich hab' ne Therapie danach gebraucht, die ich noch nicht vollgeführt hab! Ah super! Dann soll ich... Weißt du, dann können wir das nach meinem Master gerne machen! Aber den würd' ich noch gerne überstehen! Also... Ja cool ey! Jetzt haben wir voll viel geschafft! In den zwei Wochen! Oh! Das ist ja so! Ich kann ihn nicht nur aufmachen! Bis zum nächsten Mal.